Ich habe einen neuen Schminktisch und Mina sieht es zum ersten Mal. Ja! Was für eine Farbe das ist? Ich glaube, ein Pink. Okay, Leute, Mina denkt, es ist Pink. Was denkt ihr? Okay, Mina, mach mal deine Augen zu. So, komm jetzt mit, komm mit, komm mit. Lass dir da vorne ist schon mal ein Schminktisch. Bist du bereit? Ja. Okay, und? Oh mein Gott, ist das schön. Ist es schön? Ja. Uh. Ab sofort ist der meiner. Ist der ab sofort deiner? Leute, das sieht richtig cool aus. Hier schaut euch mal an, das ist mein Schminktisch. Oh, guck mal, wie schön geordnet das ist. Ich habe hier auch Kaugummis drin, Mina. Guck mal, die haben schon Lamy mitgenommen aus Madeira. Hast du sie geklaut? Nein, ich habe sie gekauft.